Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 13.435 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch hervor. Das sind deutlich mehr als die 9.146 Neuinfektionen, die vor genau einer Woche gemeldet worden sind. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, also die Sieben-Tage-Inzidenz, ist wieder deutlich angestiegen. Sie lag laut Robert-Koch-Institut Mittwoch früh bei 86,2 und damit höher als am Vortag. Zum Vergleich, in Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 207,6. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden in Deutschland 249 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 300 gewesen. Vor vier Wochen, am 17. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 57,0 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Jänner und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stieg sie jedoch wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte. Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Jänner erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden. Das deutsche Robert-Koch-Institut zählte seit Beginn der Pandemie 2.594.764 nachgewiesene Infektionen mit Covid in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das Robert-Koch-Institut mit etwa 2.383.600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Corona gestorben sind, stieg auf 73.905. Der deutschlandweite 7-Tage-R-Wert liegt laut Lagebericht des Robert-Koch-Institutes vom Dienstagabend bei 1,06. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken können. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Liegt er für längere Zeit.